Hier bedient euch. Die VR-Fuge ist ein Experiment für zehn Teilnehmer, inspiriert vom Tanzstück Trampolin-Fuge von Johann Bourgeois und der Zuhilfenahme virtueller Realität. Angeleitet von zwei Tänzern werden die Zuschauer zu Statisten in einem Film, in dem sie sich die Performance von allen Seiten ansehen können. Virtuelle Realität ist ein absolut magisches Werkzeug. Es ermöglicht plötzlich nicht mehr, außerhalb des Stückes zu sein, sondern innerhalb der Performance und noch viel mehr als das. Man selbst wird zum Teil des poetischen und symbolischen Universums des Werkes. In der VR-Fuge erlebt auch der Zuschauer virtuell die Gefühle von Schwindel und Absturz, um die es in dem Stück geht. Erfahrungen wie diese veränderten das Verhältnis zwischen Publikum und zeitgenössischem Tanz, meint die Direktorin der Tanzbiennale Lyon. Der Zuschauer interagiert mit den Tänzern. Er befindet sich mitten auf einer Bühne, mitten in der Choreografie. Das bringt ihn auch näher an die Ästhetik heran. Das Ganze ist offener. Gerade bei einem sehr abstrakten Tanz macht die Möglichkeit, direkt daran teilzunehmen, einen enormen Unterschied. Der Schweizer Gilles Jovan entwickelte seine Choreografie VRI gemeinsam mit Experten für Bewegungserfassung. Die Grenzen zwischen realer und virtueller Welt scheinen zu zerfließen. Das Besondere ist, dass die Bewegungen der Zuschauer in Echtzeit aufgenommen werden. Sie sehen ihren eigenen Körper, ihre Arme und Beine in Form eines Avatars. Auch die anderen Zuschauer sehen sie als Avatare. Das ist eine sehr fortschrittliche Technik und es fühlt sich großartig an, denn man ist wirklich sofort im Einklang mit diesem virtuellen, digitalen Körper. Als befände man sich plötzlich mitten in einem Videospiel. Ein Videospiel, das dem Zuschauer Zeit gibt, die Sprache des Tanzes zu ergründen.